so damals hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge forza motorsport 6 hier in forza motorsport 6 er werde es gedacht zu erfahren wir heute auf der nordschleife mit gp zwar mich die gute kategorie gt3 oder heißt glaube ich im spiel moderne gt rennwagen zwar dabei natürlich ich mit der deutschweiber gtsr dann auch der kai im frage 458 italien gtlm glaube ich dann der mark im band der continental gt3 und sie das in der corvette chevalier corvette c7 r und ja es war ziemlich gerne sein fand ich und der grund warum ich jetzt das was ich dabei kommentiere ist ich habe mich einfach dabei oder wollte ich dabei auch konzentrieren und gescheit zu fahren von deutschleife ist finde ich auch wenn ich die wagen gut kennen und die strecke auch ein anspruchsvoller strecke deswegen da braucht man schon konzentration und es war auch irgendwie hat irgendwie nicht so gepasst fand ich deswegen heute mal große menschen aber dafür pures gameplay deswegen wünsche ich euch noch viel spaß und 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 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020